Ach, egal. Noch, noch geht's. Ach da. Ich denke schon, wo kommt jetzt... ...das mache ich schon wieder hierher. Bla, bla, bla. Ist gut. Oh, Bolzen. Ich muss gestehen, ich finde ihn mittlerweile ziemlich cool. Aber den hecke ich. Ist mir eindeutig zu teuer. Ja, super. Fängt ja gut an. Oh Gott. Ja. Fängt gut an. Ach, fuck, ey. Ich tue dir nix und du tust mir auch nix. Einverstanden? Oh, hatte ich ja schon. Das ist echt anstrengend. Zwischenzeitlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich brauche doch nur eins. Was mache ich da? Da ist doch eins. Oh Mann. Was soll's. Schrot kann ich mal wieder gebrauchen. Davon habe ich genug. Aber 41. Ist schon ganz so teuer. Das kostet 23. Das ist ein Witz. Ich glaube, ich werde ein Fan. Das. 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 Mhm. Der Armbrust. Nicht das Armbrust. Es gibt kein das Armbrust. Das Armbrust. Ganz ruhig. So. Willkommen. Mhm. Hahaha. Ist gut. Okay. Ja, la, la. Du bist ja schon fast tot. Wunder von meiner Bühne. Sofort. Komm zurück. Noch ein Versuch. Weg von meinem... Aufer. Ah. Weg. Komm her und sag mir das ins Gesicht, du schwieriger Wichser. Tut mir leid. Neuer Versuch. Aufer. Jagd diese Viecher. Jagd sie weg. Ich hab doch so'n Denk kaputt gemacht. Krieg ich von denen keinen Loot? Jetzt ernsthaft? Das ist ja doof. Ich fühle mich. Ausgetrickst. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Komm, machen wir nochmal. Mal gucken, ob wir Glück haben. Lol. Also, man kann sagen, was man will. Aber Geldprobleme hab ich aktuell nicht. War das nicht zwei? Oh, und safe. Ein kaputt, Automat. Ein kaputt, Automat. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Ach, echt. Fällt dir das auch mal auf? Hättest du das nicht gesagt? Mein Gott. Darauf wär ich nie gekommen. Hm, ja. 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 Geht doch. Sehr schön. Mal gucken, was oben ist. Sieht ja toll aus hier. Also, hier wird man natürlich mit Armbrust versorgt. Hier so durchpassen. Jo. Geht. Ja. Geht. Ja. Geht. Ja. Ja. Ich muss gestehen, das sieht pervers aus. Ihre Hand liegt irgendwie an einem perversen Ort. Aber okay, das sind ja eh alle tot. Die können allerdings dafür. Au. folk. Ah. Das wird interessant. Oh ja, das wird interessant. Ha, geht doch. Was für ein Lilly? Bist du heute auf Witze-Modus? Kleine. Ich komme hierher und schon sehe ich Tote. Warum? 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 Wieso? Ich habe gar nichts gemacht. Ach, fuck. Boah, die hier nicht irgendwo. Meine Güte. Ich habe immer dieselbe Kacke hier. Hm, ups. Geht doch. Ey, ich wollte die schon mitnehmen. Wird auch schon wieder so gummisch rumheult. Da sind ein paar Drohnen. Toll. Patronen, die mir nichts bringen. Naja. Geld, noch mehr Geld. Naja, okay. Ach, das war eine Kamera. Und ich hab sie nicht... ...bemerkt. Äh. Manchmal bewegt sich das irgendwie nicht. Nein. Nö, eh. Wollt grad sagen. Nachladen, bitte. Danke schön. Energiebank. Energiebank. Die mir auch nix bringt. Wer war's wie schöner? Wer redet hier schon wieder? Das Bild sieht gruselig hier aus. Das ist sogar mein Ernst. Toll. Ach, die Musik, ey. Nichts, echt übel. Ja, ja. Na toll. Äh. Ah. Da. Noch zwei Stück, bitte. Noch eins, bitte. Ups. Ha. Geht doch. Oh Gott, das dauert immer mit dem Controller so lang. Eeeh. Wer ist das? Du warst... Ach. Wollt die doch gar nicht. Ich habe gerade den Buffet bekommen, Anna Culpepper kalt zu machen. Das ist keine kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin. Wir sprechen hier von einer vollgedrönten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Wow, das war jetzt Information, die... Die haben mir echt weitergeholfen. Ich fühle mich gerade... Keine Ahnung. Erleuchtet. Also irgendwie... Ist hier nix. Doch, ne Leiche. Und Geld. Ich ba 17 Uhr. Erstens. Vielen Dank.